Bei den letzten Dingen hier irgendwo vielleicht noch die zwei seltenen Tiere sind. Vielleicht habe ich Glück. Okay. So, hier sind sogar zwei auf Missionen-Dinger. Aber ich glaube nicht, dass zwei seltene Tiere die Schilder genau nebeneinander sind. Das glaube ich nicht. Aber naja. Mal schauen. Vielleicht auch nur eins. Das würde mir auch schon reichen. Weil ich will erst zu meinen Ammonaki außenposten, wenn ich die ganze Scheiße gemacht habe. Jetzt... Das nervt. Ach du Gott, warte mal. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Das sage ich nicht. 死-sindig. Seltene, seltene, sehr schön. Und das ist... Die Hund, okay... Seltene, perfekt. Scharfschütze. mit vergnügen seltenen gelb-nackten casual genau und ich weiß auch schon wie man den ja gelben nacken halt aber ja ja da kann ich jetzt zu fuß gehen weil das so eine straße da kann es mal passieren dass ich auch dass ich runterfallen und auch hinfliege typisch sagt so kollege aber die die ja ja das ist einfach so dass wir erstmal hierhin es ist eh keine Tiere das so irgendwas wir haben natürlich nicht mal hier die Eier wir haben die uns befreit wir haben die fucking Zeit befreit da gibt nichts mehr wir haben unsere war für auch noch oh kollege 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 zack so ich weiß dass das nicht das Tier war aber damit er mir nicht auf den Keks geht so gelb-nacken casual da bist du auch schon der will mich verkohlen in den Hals und er lebt noch boah ach komm hey geh drauf so so ja kollege traut er sich? natürlich nicht wo ist er denn? so ich hoffe mal das sind alle jetzt gewesen von den nervigen 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 typen wo bist du jetzt? du bist hier runter gelaufen oder? wo bist du hin? wo bist du hin? mann ist er runtergefallen eh wenn er tot wäre dann würde er markiert sein ich glaub ich auch gleich ne 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 instinktkacke ein sondern hier ist ein brief hier ist ein brief ich höre ihn, warte mal komm gleich komm gleich kollege wo ist er, wo ist er, wo ist er, hier what the fuck ist der hier drauf? drinnen oder? ne da nicht, er ist oben heilige kacke schreck mich halt hä? ich höre ihn boah du gehst mir warte auf die fucking kacke fotze hä? 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 Alter weißt du was? kannst du mich mal ne ja hab ich noch ein ding? ich hab noch gehalten das Ding, okay gut okay wenn wir schon mal hier sind dann scheiße ja komm ich bin noch das Ding okay Mundi noch ja ich geh schon zurück, keine sorge ich geh noch, ich geh nicht weit weg ach fuck ey ja, das hat hol ich dann hol ich dann okay kollege wo bist du denn jetzt? wo bist du denn jetzt? hier, meine Güte jetzt bist du fett noch immer nicht? noch immer nicht mein Gott, was für den scheiß Schuss quickscope nennt man da, du fotze, au! so okay das was zum lol runtergefallen total universell sag mal, willst du mich verkohlen? der checkt das ich i can't believe it i can't believe it der peilt das der wird mich oh, nicht angst geh mir aus dem weg fuck so war das nicht geplant ja, sag mal sag mal sag mal sag mal heilige krütze wie viel hält denn der aus? alter willst du mich verpissen? boah du misse scheiße huare boah jetzt aber jetzt, ich krieg das so ins Gesicht der Typ 360 oder wat? ne, doch nicht sag mal hat sie dir noch alle am Zaun oder wat? oooohh okay das hat sich mir eh nie leichter vorgestellt boah ja das ist ja runtergefallen das ist scheiß witz oder was? boah bist du scheiße oder wat? es geht rauf endlich meine Güte ja alt boah das ist jetzt nicht euer ernst okay die äh mission ist einfach aber ich geh rauf ja klar alter wat ist los boah ich das boah okay ich merk schon es gibt eine Sache die was ich mehr hasse als bohrenschüsse snipern ne doch nicht oh ja nerv nicht scheiße scheiße das wär jetzt echt scheiße bist du es oder bist du es nicht? komm ich merkier dich jetzt gleich jetzt bist du fett NERV NICH! Mann einmal so trau dich oder nicht mir egal alter du crazy bitch sag mal sag mal sag mal boah ey was ist mit dir? du nervst das ist schon klar oder? okay okay dann hätte ich derweil den derweil den Casual verlegen wenn ich ihn finden würde dann auch nicht Mann warum muss der so nervig sein dieser scheiß Casual noch einer noch einer dort noch einer? noch einer? meine Fresse sag mal wie viel seid ihr hier? oder Lieblingsings oder was? ne gib es doch ne gib es doch gar nicht hier Mann so komm schon jetzt der muss tot sein endlich mal meine Fresse ja danke mein Gott geht doch zack ich hab's dankeschön oh was viel kack das war hart das war hart ganz laut sagen ja zuerst hier mal noch mal den Brief noch mal den Brief und dann die ganzen Schätze hier was sollen das? hallo meins dann hier Muni Geld alles möglicher gut dass wir gestorben sind eigentlich ein Fähigenspunkt yay wir haben zwei Fähigenspunkte wenn wir nicht alles wahrscheinlich haben wir viel viel mehr aber ich hab alles verpeilt kann natürlich auch sein hä wohin dieser kack 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 hä zum Teufels der ist der Schatz ja hier hier weiter dort hier irgendwo sollte er sein ja gut ist hier irgendwo ein bisschen Münzen ja au Muni ach komm ich brauch Muni tut er nicht so ich sag schon mal gar das Muni gibt dann nehme ich mit das ganz klar so hier brauch ich auch noch was tun ich sag weiß ich doch sehr schön läuft die Tupi supi so da Geld noch mitnehmen ich verbeuge mich vor dem Geld ok ich seh hallo ich seh nix ok so hier sind nur Bier Dosen oder so Bier Dosen wird nein Bier Flaschen ok so jetzt hoch und dann die anderen Jets nochmal nehmen und dann craften und dann alles mögliche und dann mal schauen wie lange ich aufnehme so so hier sind sich tausend Schätze ok 3 das ist nicht viel aber ok Kollege zack äh ne hier nicht warte mal was ist hier gewesen also hier gehts auch ran ah das ist der Hinterreingang ok das hier in kein Relikt ist oder so schade ja das ist halt ein Bunker Bunker mit allen möglichen oh Kohle hallo Münzen Muni Eilat mögliche Eilat wie geil gut ah Rakjats Kollegen was denn los Tag auf ok falsche erste nein ok äh genau brennstoff zack so ein Ding brauchen wir in der Brieftasche was brauchen wir denn eigentlich ich glaub glaub das eine brauchen wir pfff keine Lust keine fucking Lust so äh warte mal 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 wenn wir nur hofft dass es hier ist sonst ist es wirklich ähm bei dem bei dem Außenposten wo wir noch nicht hin können oder hin wollen eigentlich und ja also wir könnten nur hofft dass jetzt dass jetzt hier der Ding ist sonst ja das ist kacke so lange nehm ich ihn auf oh so gut nur eineinhalb Stunden schon ok gut so was ist das was ist das das ist erledige eine seltene Einhandbüffe alter wie ein fucking Glück geile Ding so muss laufen sehr schein sehr schein sehr schön super nehmen wir schrottflinte schrottflinte da ist ich glaub das ist aber auch nicht so schlecht hier mit stinktier weil die Büffel die sind ja auch nicht ganz so ähnlich so ganz wohl gesonnen und so ok so und dann ich glaub in der nächsten Aufnahme dann holen wir uns jetzt endlich mal hier ein bisschen erfahren ja sicher ja leite ganz klar boah unter uns ist so richtig geile Höhle mit 100.000 Dinger und so hm das ist krass ok mit blauen Blätter mein ich ok stinkt warte mal wir äh ich weiß schon wie man den erkennt so wo wer der wo ist dieser seltene Einhandkollege der hat nur ein Horn ist ganz klar das ist er das ist er das ist einfach er hat uns den stinkt hier verlege ich bin hier komm schon du amphibische Urscheiße komm schon komm schon komm schon das kann nicht sein jammern ich hab ihn fuck bin ich geil zack 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 ich bin auf mg weiß dass ihr mich auf den Keks wollen und dann und dann wie komm ich hier rein what the fuck wie komm ich hier rein lol komm ich hier rein hier ist kein hier ist nur ein Gitter äh 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 ist hier irgendwo eine Höhle oder so dass ich hier rein komm könnte ich auch sein äh ne vom 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 Wasser aus hier will ich noch rein hier will ich noch rein hier will ich noch rein ich glaub dann beende ich mal die Aufnahme aber hier will ich noch rein das ist mir scheißegal mir ist scheißegal hier will der Reger noch rein ja hier hier bin ich richtig glaub ich hoff ich weiß ich nicht so ein Gamer ausrüsten das Ding und ab dafür tauchen boah was für ne geile Höhle Höhle unter Wasser ist episch ich seh nix mehr ah ok hä what the fuck hallo hallo weiter komm wir dürfen nicht ersaufen das wär schlecht boah was für ne lange Höhle what the fuck erschreckt mich halt man du erschreckst mich jetzt so schlimm das ist unglaublich die Büffel kriegen schon in den Koller oder wat ja man dann so für einen Schuss nachleinen ich bin auch so geil ne hier geh ich nicht rein wenn sie mich knicken ich mach nennreise ha 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 ok dann machen wir es einfach so weil wir haben eigentlich wir haben alles das heißt wir werden jetzt nur mehr die 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 gesucht tot mission kacke machen in der nächsten Aufnahme und ja das heißt ab zu den Weiser Dogs die ganze Scheiße verkaufen das craften und dann tschüss ja ok ich hoffe das geht nicht raus ja doch das ist das ist dass die so die Stelle das ist auch das ist du